Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ich habe ein neues Voice-Over für euch und zwar geht es um Star Citizen Spectrum, die Kommunikationsplattform hat ein Update erfahren und Benoit, der Chief Technical Officer von Turbulent, erzählt uns in diesem Video ein bisschen etwas über die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele, die hinter Spectrum stecken. Aktuell ist das Team von Turbulent dabei, das ganz großartige Feedback, wie er es immer betont, von der Community einzuarbeiten. Spectrum hat eine sehr hohe Aktivität von der Community erfahren, wird in erster Instanz schon mal sehr gut angenommen. Das bedeutet, Orgas haben inzwischen ihre ganzen Threads angelegt, ihre ganzen Foren dort genutzt und schon mal ein bisschen experimentiert und vor allem der Issue Council ist voll von ganz viel Feedback, wofür sich Benoit in diesem Video immer wieder bedankt. Es ist wirklich sehr, sehr viel los und so sind die Mitarbeiter von Turbulent die ganze Zeit dabei, den Issue Council zu analysieren, das Feedback zu klassifizieren und entsprechend kurzfristige Änderungen und Additionen einzubringen, sowie auch über die langfristigen Ziele nachzudenken, um das Ganze auf jeden Fall so zu überarbeiten, dass es den Wünschen der Community entspricht. Aktuell ist es so, dass es eben zwei neue Releases gab seit dem Launch von Spectrum im Februar. Das bedeutet, hier wurde auf jeden Fall die Threadlist übersichtlicher gemacht, die Farbgestaltung wurde etwas angepasst und verändert und auch die Schriftgröße hat sich etwas angepasst und den Userwünschen tatsächlich angenähert. Außerdem wurde der Sortierungsalgorithmus überarbeitet, der hat anscheinend am Anfang noch nicht so richtig funktioniert. Ich persönlich muss sagen, habe das nicht feststellen können, aber ich werde Ihnen da mal vertrauen in der Aussage, sodass jetzt die Threads ordentlicher und sinnvoller sortiert werden können. Aktuell ist die Arbeit daran, dass die Forums-Engine nochmal überarbeitet wird. Das heißt, hier geht es um Übersichtlichkeit, hier geht es um die Möglichkeit, Threads, die für einen interessant sind, auch langfristig verfolgen zu können. Es werden Timestamps in die entsprechenden Threads eingefügt und außerdem soll es eine Vereinfachung nochmal in der Bedienung geben, wobei ich persönlich sagen muss, dass Spectrum sich jetzt schon sehr komfortabel bedienen lässt, finde ich. Jedenfalls dankt Benoit hier ganz explizit für das ganze Feedback, was beim Team eingegeben ist. Sie haben einen wöchentlichen Update-Cycle, das heißt, wöchentlich nehmen sie das komplette Feedback auf und sie planen alle zwei Wochen einen neuen Release. Es sind natürlich kleinere Releases, aber die dafür regelmäßig und relativ schnell an die Community, damit sie auch weitere Feedback für die Community sammeln können, weiteres Feedback einarbeiten können und Spectrum damit zu der wirklich nächsten Kommunikationsplattform machen, die Star Citizen braucht. Kurzfristige Ziele sind dabei als allererstes mal Thumbnails für die Threads. Das soll als erstes eingefügt werden und damit sollen auch nochmal die Threads ein bisschen weiter voneinander abgegrenzt werden und außerdem stellen sie sich noch eine Reddit-artige Aufbau der Threads vor. Wer Reddit kennt, weiß, dass die Kommentare dort zum Beispiel gevotet werden können, sodass man einen Thread so anlegen kann, optional wohlgemerkt, dass die Kommentare eben nicht nach Zeit eingesortiert sind, sondern eben nach Likes entsprechend sortiert werden und die User dementsprechend die Möglichkeit haben, wichtige, gute und sinnvolle Kommentare zu liken und sie demnach nach oben zu stellen. Die mittelfristigen Ziele sind schon deutlich ambitionierter. Hier geht es nämlich dann um die Mobile-App-Unterstützung. Das heißt, hier geht es darum, dass Spectrum nicht mehr, wie jetzt aktuell, nur über eine Website arbeitet, die übrigens auch schon relativ bugfrei auf Mobilgeräten funktioniert. Nein, hier soll die Unterstützung für iOS und Android an erster Stelle stehen. Danach geht es dann auch nochmal in Richtung Windows Phone. Da kann er aber noch nichts Genaues zu sagen. Sie werden es dann jedenfalls darauf aufbauen, wie es bei iOS und Android funktioniert. Dadurch kriegt man dann eine höhere Performance, weniger Bugs und insgesamt wird es sehr viel nutzerfreundlicher, wenn man zum Beispiel unterwegs ist dabei. Ja, die langfristigen Ziele, da steht an aller aller erster Stelle der Voice Support. Da läuft aktuell das Research und Development schon. Das heißt, auch während Sie jetzt aktuell an Spectrum arbeiten und verschiedenen Features, wird hier schon sehr, sehr viel an den verschiedenen möglichen technischen Optionen gearbeitet. Und wenn Sie sich dann für eine entschieden haben, wird diese dann als erstes als einfacher Voice Chat implementiert werden. Das wird nicht sehr spektakulär sein, aber auch da geht es Ihnen darum, schnelle Updates an die Community rauszugeben, damit hier die Testfrequenz wirklich erhöht werden kann und damit auch die Wünsche der Community schnell mit in diese Kommunikationsplattform einfließen können. Das Spannende daran ist, dass es sich hier dann auch um eine Verknüpfung von Spectrum mit Star Citizen handelt. Das heißt, vor diesem Voice Chat wird es schon möglich sein, dass Star Citizen diese Nachrichten von Spectrum erkennt und der Voice Chat das Ganze dann so weit erweitert, dass wir tatsächlich miteinander in Star Citizen über den Voice Chat von Spectrum kommunizieren können. Dazu soll es dann später auch eine Aufteilung von Kanälen geben, das heißt Command Channel und Squadron Channel zum Beispiel, so dass Captains und Admirele, wie er es nennt, eben mit ihren jeweiligen Schwadronen und ihren Trupps sprechen können. Längerfristig soll das dann auch noch über den Desktop funktionieren, das heißt, mit der Integration in den Launcher, das kommt dann zusammen mit dem Delta-Patcher, soll es eben dann möglich sein, auch nur über den Desktop Spectrum laufen zu lassen, ohne zum Beispiel eben den Browser oder eine App offen zu haben. Ja, aktuell wird also jetzt die Roadmap erstellt, dafür ist der gute Mann jetzt in L.A. und redet über diese In-Spiel-Integration, die jetzt ein nächster großer Schritt für Spectrum ist und danach geht er nochmal in den UK und wird dort ebenfalls nochmal die Gespräche finalisieren und dann erfahren wir, wie es bei Spectrum weitergehen wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören, das war es an dieser Stelle zu Spectrum und ich verabschiede mich wie immer mit einem See you on the Flight Deck. Sawyer out. Signing out.